Musik Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo, gleich am Anfang gleich ein Fail, na gut. Ich wollte ein paar neue Dinge erklären, die jetzt auf dem Kanal passieren werden. Ihr seht schon, ich habe das Banner-Kort hier oben geändert. Und zwar geht es einfach mal damit los, dass ich ja demnächst wahrscheinlich umziehen werde. Also ich hoffe es. Ob das ein halbes Jahr ist oder länger, weiß ich bis jetzt noch nicht ganz genau. Ich habe da mehrere Optionen oder versuche mehrere Optionen mit zu ergattern und darum einige Informationen. Civilization 5 wird höchstwahrscheinlich danach erst einmal enden, also wenn es vorbei ist, endet es, ist ja logisch. Und es wird kein drittes Let's Play geben. Also für eine gewisse Zeit lang wird das dritte Let's Play ausfallen. Und auch Dragons Profit kann passieren, muss aber nicht, da bin ich mir noch nicht sicher, kann passieren, dass das für eine gewisse Zeitraum ausgesetzt wird, dass ich nur noch zwei Let's Plays habe. Das hat folgenden Grund, da ich nicht weiß, wie meine zeitliche Auslastung ist, wie sich das nun ergibt, wenn ich in einer eigenen Wohnung mehr oder weniger bin. Ob das nun von der Arbeit gestellt ist oder was anderes, ist ja auch egal. Weiß ich nicht, wie viel Zeit ich da momentan dann noch habe. Zudem wird League of Legends eine Sonderstellung bekommen und zwar wird League of Legends ab jetzt nicht mehr als richtiges Let's Play gehandelt, sondern League of Legends wird ab und zu einfach mal ein paar Folgen reingeschmissen. Immer wenn ich eine gute Folge habe oder so, werde ich die reinschmeißen. Die nächsten Tage wird jetzt noch League of Legends kommen, aber danach nicht mehr so regelmäßig. Also League of Legends, wer das gerne guckt, werden dann immer so ein paar Folgen rauskommen. Die werden dann höchstwahrscheinlich auch Full Plays, das werden also keine gesplitteten Folgen mehr, sondern diese werden dann Voll Commentaries oder auch keine Commentaries, das kommt dann immer ganz drauf an. Und ist also dann, was weiß ich, da kommt dann einmal pro Woche vielleicht ein Voll Commentary aus und ja, da müsst ihr euch nicht mehr über mehrere Tage das anschauen. Für League of Legends springt Don't Starve ein, ein Spiel, was ich mir geholt habe, was ich ewig schon mal spielen wollte. Das ist natürlich dann ein ganz, ups, ganz normales Let's Play. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also das gibt es dann Minecraft, Don't Starve und Civilization momentan. Dragons Profit kam ja diese Woche nicht raus, das liegt daran, dass ich mit Wolke keinen Aufnahmetermin vereinbaren konnte. Da er schulisch momentan zu tun hat, ich habe jetzt neue Arbeitszeiten bekommen, bla bla bla. Ja, das dazu, das muss ich dann eventuell demnächst auch mal umändern, aber ich finde das gerade so geil, das sieht ziemlich cool aus mit dem Grün, deswegen habe ich es noch nicht umgeändert. Des Weiteren habe ich was in den Playlists geändert und zwar seht ihr schon, hier ist Watch Dogs, Minecraft Isoland, The Night of the Rabbit und League of Legends die ersten 100 Folgen angezeigt. Das hat auch wieder einen Grund und zwar geht es hierbei darum, dass ich die Playlists ungern zwischendurch aktualisiere. Das hat den Grund, dass YouTube die Playlist-Aktualisering so behindert gemacht hat, dass die rückwärts eingespult werden und man dann jedes Mal da sitzt und die ganze Playlist immer wieder neu sortiert. Das natürlich jede Woche zu machen ist mega penetrant und darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass hier oben die Uploads kommen und die Playlists erst gemacht werden von mir, wenn das Spiel vorbei ist. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt League of Legends, die nächsten 100 Folgen fertig, dann packe ich diese 100 Folgen in eine Playlist, dann startet eine neue Playlist und die alten Playlists, also die letztgespielten Spiele werden dann hier unten veröffentlicht. Sozusagen, wenn die Playlist fertig ist, kommt die runter und sollte dann eine neue Playlist kommen, dann wird diese Playlist verschwinden, die rutscht runter, die rutscht runter, die rutscht runter und das letzte Spiel kommt hier rein. Ganz einfach und so habt ihr die letzten vier Spiele, die wir gespielt haben, hier im Überblick. Die drei, vier, die wir momentan spielen, sind hier im Überblick. Das momentan ausgewählte Lieblingsvideo von mir ist hier im Überblick. Und falls ihr noch ein paar andere Spiele haben wollt, ist hier unten alles im Überblick. So sollte das eigentlich ziemlich gut sein. Hier hinten in den Kanalinformationen werde ich das noch alles verarbeiten und neu machen. Das werdet ihr dann, obwohl ich gerade das gleich mal mache, dann seht ihr das. Also nochmal für alle, die es nicht verstanden haben, obwohl ich nicht glaube, dass das so unverständlich ist. Zivilisation 5 täglich, Minecraft täglich. League of Legends rutscht runter. Auf, ähm, spontan, Drinks, Profits, Sonntag und für League of Legends switcht dann rein, ähm, es switcht rein, don't starve. Klack, täglich. Sag ich mal, das sieht voll behindert aus, irgendwie, wenn ich das so mache, dann mache ich das so. So, fertig. Genau. Minecraft, aktuelle, aktuelle Let's Play, geblannte Let's Play sind Tive, Turism, Diablo, die ganze Reihe. Let's Play erscheint täglich von, du, du, du. Guck mal hier nochmal. So, boah, da hab ich schon, da hab ich schon ein bisschen länger nicht aktualisiert. Okay. So, 92, vielen Dank an euch. Und, ja, das war's an sich schon, ähm, für alle, äh, tut das Video teilen und was weiß ich, damit alle das nur wissen, was jetzt neu alles so ist auf dem Kanal. Und wie gesagt, wir sehen uns momentan bei 992 Abonnenten. Es wird demnächst dann auch das Doppelspecial rauskommen, was nicht ganz so groß ist wie geplant, aber dafür hoffentlich etwas qualitativ hochwertiger. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, Freunde. Ach ja, äh, und Minecraft kommt halt ungefähr 1-2 Stunden später raus, das lade ich jetzt noch hoch. Tschüss.